Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger. Der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch! Irgendwo hab ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece. Und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piraten-Zeitalter an. Auf den Wellen jagen wir den Wolken hinterher. Wir folgen unseren Träumen übers Weitem her. One Piece! Kanada, wohin es geht? Mein Kompass zeigt nun Weg. Die Segel sind gesetzt. Unser Traum treibt uns voran. Wohin der Wind uns trägt? Nur die Karte kennt den Weg. Uns segeln immer weiter. Denken wir auf den Spur. Denk vor allem nicht nur an dich. Wenn du gemeinsam uns geh'n. Glaub an uns. Das ist alles, was jetzt zählt. Das ist alles, was jetzt zählt. Auf den Wellen jagen wir den Wolken hinterher. Und wir folgen unseren Träumen übers Weitem her. Und dann niemals untergehen. Der mich weiß, du bist noch fort. Und wir sind, wir sind auf dem Weg. Den Weg. Den Weg.